Wegrennen mit dem Dicken. Der Dicke hat mir den letzten Todesstoß gegeben. Da war nicht mehr viel mit Wegrennen. Lebst du noch oder kommst du? Ich lebe noch und schläfe sie immer wieder ein, aber es fällt immer kürzer. Äh, jetzt sind sie immun dagegen und ich werde sterben. Okay, die Vögel greifen ihn jetzt auch an. Also wir hängen noch bei den Vögeln. Dann renne ich mal zurück. Bring uns deine Freunde. Mhm. Wir machen ein Picknick. Ey, dann können wir die Schatztruhe noch aufmachen. Hey, wer läuft mir hingegen? Oh mein Gott, hier ist ein Tomberry. Ja, der läuft vor mir. Ähm, 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 ja. Opfer dich. Ich heil dich mal. Und dann hinten kommen wieder die Gegner. Du bist so weit weg, ich kann nicht noch näher ran. Die schlafen jetzt. Okay, ich geh mal am Tomberry vorbei. Äh, es hat Shaden erwischt. Okay, wir rennen. Mein Gott! Warte, mich. Fisbee-Stimme-Stimme. Gott. Ah, jetzt hab ich ein Fenster offen. So, jetzt aber. Der dich erst mal in die Tür hilft. Nein. Sei nicht so pessimistisch. Obwohl du bist schwarz, Magier, du darfst es. Ich darf sterben. Du darfst pessimistisch stolzen. Ich werde mal kurz zum Kampf heiler. Nur ganz kurz. Okay. Hä? War hier nicht ein Schatz? Ich weiß es nicht. Nein, weiter unten, glaub ich. Haben wir den genommen? Was war, was ist denn überhaupt drin? Hm, irgendein Ausrüstungsstück. Stufe 55. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. So weit ich bin. Mann. Hm, die haben wir nicht genommen. Naja, egal. Da bin ich. Der Boss. Hallo. Ich mach noch kurz Steinhaut. Okay. Kann losgehen. Mein Gott. Er nimmt in die Direcke, wo ich bin. Ah. Ah. So. Der Boss ist eigentlich nicht so böse. Der macht nur ab und zu sowas. Spuckt jemanden an, den er nicht leiden kann und macht so komische Kreise, wo man rausrennen sollte, was ich irgendwie nicht immer schaffe. Aber wenn man drin bleibt, ist das auch nicht so das Desaster. Oder? Hm. Da ist ein Kreis. Er läuft auch nicht raus. Okay. Ich lauf raus und krieg's trotzdem. Yay. Das ist Power hier. Ja. So. Der hat ja seinen Knochenbruch, Schwäche, Immunabwehr. Das kann ich wegmachen. Jetzt habt ihr das alle. Was macht ihr denn? Nicht rauslaufen, Toni. Jetzt saugt ihr alle an in dem Bereich. Genau. Aber keiner war drin. Nein. So. Und jetzt ist der Tank auch noch vergiftet. Dieses komische Symbol. Ich sag jetzt nicht, an was mich das erinnert. Hübs. Guck, ich krieg's trotzdem, auch wenn ich draußen bin. Das ist voll die Verarsche. Das ist nur, damit man sich schlecht fühlt. Wird man ja depressiv. So, jetzt ist er tot. Komm, wir trampeln noch ein bisschen drauf rum. Ja. Okay, da weiß Magi, er sollte das nicht tun. Der ist ja gut. Okay, was gibt's? Handschuhe. Könnte mein Wünsch gebrauchen. Ich mach einfach Magie drauf. Yay, ich hab's gekriegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ich kann eigentlich auch angreifen, wenn das nur einer ist. Ja. So, mit der vier kann ich mich zum Kampf Magier machen. Dann mach ich mir Schaden, aber weniger Heilung. Ich darf nur nicht vergessen, das wieder zurückzumachen. Oh, Laternenöl. Das ist das besagte Laternenöl, das niemand aufheben will. Aber ich mach's mal. Mit dem Lateinenöl können wir dann später die Türen aufmachen. Oh, oh, ich krieg Aggro. Fisbe-Stimme! Oh, ich auch. Ich krieg schon wieder Aggro. Ah, jetzt weg. Achso, hier links ist die Aggro-Anzeige. Oh, mein Gott, rote Dinger. Das ist jetzt bei mir alles grün. Das heißt, ich kann heilen, so viel ich will, bis es gelb wird. Dann sollte ich mal Pause machen oder so. Und bei, glaub ich, Orange hab ich schon fast die Aggro. Und bei Rot sowieso. So, mein Zigarettenanzünder hier, das ist übrigens der Stab von Ifrit. Ich hab Ifrit Hardmode nur einmal gelegt und gleich den Stab bekommen. Das war irgendwie sehr viel Glück. Oder ich weiß nicht, wie oft der Stab kommt. Nicht so oft. Ich hab fünfmal oder so Ifrit gemacht und nichts bekommen. Tja, dann war's sehr viel Glück. Ja, eindeutig. Weil der andere Dingens war, glaub ich, gar kein Weißmagier. Und dann hat's mir gehört. Ja. Oh nein, ich bin gelb. Mein Gott. Ich mach mal schon mal ein Dingens hier auf. Hm. 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 Ich bin schon wieder gelb. Ich hab Angst zu heilen. Ich mach mal fürs Bestimme. Hm. So, jetzt müsste sich das Tor gleich öffnen. Habe ich das jetzt gemacht? Oder hab ich's abgebrochen? Nicht gebrochen. Ja. Gut, hier ist noch schon Dingens zum Aktivieren. Und da hinten ist noch eins. Und da hinten ist noch eins. Ah, die machen aber auf. Irgendwie ein bisschen mehr Schaden. Und ich hab ein bisschen Angst vor dem Tomberi. Der kommt bestimmt gleich wieder um die Ecke. Ja, das weiß man nie, wann der kommt. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Wir haben alle Angst vor dem Tomberi. Oh mein Gott, Matiuki. Wer kommt denn da? Oh nein. Da muss immer so die Musik vom Psycho kommen oder so. Twin, 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 twin. Achso. Ah, das hat schon jemand aufgemacht. Zum Glück ist er so langsam und so unaufmerksam. Aber dann ist er înfritig. Vielen Dank.